Diese Nachricht geht an dich, Donald Trump, Präsident von Amerika. Du sagst, Amerika first. Du sagst, Amerika first. Ich lebe selbst in Deutschland, in einem Land, wo nicht der Islam herrscht. Aber es tut mir leid. Ich sage, Islam first. Ich sage, Islam first. Ich sage nicht, ISIS first. Nein, ich sage, Islam first. Und ich bitte Allah, dass er dich recht leitet. Du kannst nicht die Muslime aus Amerika verjagen. Das kannst du nicht. Wenn ihr derselben Meinung seid, dann teilt das Video für die Wahrheit und abonniert den Kanal für die Wahrheit. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, ich sage, einen Punkt für die Wahrheit. Ich sage, wenn du Schei nicht, dann teilt das Video für die Wahrheit. Und ich sage, viele Leute, die Wahrheit und die Wahrheit und die Wahrheit und das, die Wahrheit und die Wahrheit. Dann schliekke. Untertitelung des ZDF, 2020